Hate Bait nennt. Und wir haben das in den letzten Tagen ausprobiert bei 7 vs. Wild. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn nicht, ich verlinke es euch hier. Da haben wir ganz bewusst die Maßnahme, die ganze Kampagne hinterfragt, mit der Absicht mal herauszubekommen, was muss man tun, um diese sehr jugendliche, oft sehr eindimensional gestrickte Klientel, die sich diese Videos anguckt, zu triggern, wie es so schön Neudeutsch heißt. Also einen Impuls auszusenden, die dazu angetan ist, dass hier Menschen interagieren. Und oh Wunder, das hat wunderschön funktioniert. Und dieser Beitrag ist in einem extrem hohen Maße ausgespielt worden. YouTube hat erkannt, da reagieren Leute, zwar wütend und oft sehr persönlich und nahezu aggressiv, aber dem Beitrag, der Reichweite, hat es extrem gut getan. Warum? Weil YouTube so etwas unterstützt. Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar heute über kontroverse Diskussionen im Internet, in sozialen Medien und warum das im Journalismus sogar mittlerweile gewollt ist. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, dann erfahrt ihr alles über das Bauen von Schlagzeilen, über die Texte, die sich hinter diesen Schlagzeilen verbergen und warum man im Journalismus mittlerweile das wahre Handwerkzeug oft vernachlässigt. Ja, heute geht es um kontroverse Diskussionen, um das Provozieren von Widerstand in Presseartikeln und warum Harmonie nicht unbedingt erstrebenswert ist, wenn es bei Journalisten um ihr Tagesgeschäft geht. Ja, und das ist eine der spannendsten Themen überhaupt, denn in einer Welt, in der man glaubt, dass Harmonie ein ganz, ganz selten gewordenes Gut ist, da erkennt man, dass auch die Medien ihren Beitrag dazu leisten, dass extrem kontrovers diskutiert wird. Vom Ansatz her ist das ja nicht verkehrt. Man kann Dinge von verschiedenen Seiten beleuchten. Man sollte es geradezu auch, denn über Reibung entsteht Energie und Energie ist eben etwas Positives. Ja, aber manchmal ist es einfach nur ein sich selbst befriedigendes System. Und zwar dann, wenn man auch die eigene Bubble verlässt, weil gerade in den sozialen Medien ist es so, das habt ihr festgestellt, das wisst ihr auch, der viel zitierte Algorithmus, der liefert euch Informationen, die eurem Leseverhalten, eurer Lesegewohnheit und euren Präferenzen, wie es so schön heißt, entspricht. Willkommen in eurer Bubble, in eurer Echokammer. Das muss man wissen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Das ist auch genau das, warum ich persönlich auch gar kein Feind davon bin, dass Cookies gespeichert werden, wenn ich Seiten besuche. Mir ist es nämlich viel lieber, wenn ich schon Werbung angezeigt bekomme, dass es Werbung ist, die mich interessiert und dass mir nicht fortlaufend Damenhygieneartikel angeboten werden, nur weil die gerade im Angebot sind, sondern dass es unter Umständen das Fotozubehör ist oder das Golfset, was meinen Gewohnheiten eher entspricht, weil ich hier eine Präferenz habe. Und ähnlich ist es auch mit Lesegewohnheiten. Ihr merkt das sicherlich. Die sozialen Medien, ob jetzt YouTube, ob Instagram bis hin zu Facebook, zeigen euch das an, was für euch mit hoher Wahrscheinlichkeit interessant ist und euren Wahrnehmungsmustern entspricht. Das Blöde ist, dass man hier außer Bestätigung wenig tun kann. Like finde ich gut und das langweilt irgendwann. Und damit das nicht immer so passiert, weil damit hätte ich im Grunde genommen wenig Interaktion und gerade Interaktion ist etwas, was in der heutigen Zeit gerade in den sozialen Medien zwingend notwendig ist. Ist etwas nicht interaktiv, dümpelt es dahin. Das ist so ähnlich wie ein Börsenkurs. Was nützt es mir, wenn eine Aktie permanent hoch performt? Das heißt nur, dass keine Schwankungen drin sind. Sind keine Schwankungen drin, ist diese Aktie im Grunde genommen uninteressant, weil nur durch die Schwankungen bin ich in der Lage, durch korrektes, sinnvolles Ein- und Aussteigen eine Wertschöpfung zu erzielen. Ist der Wert über 20, 30 Jahre auf einem Niveau, dann macht es keinen Sinn, sich diese Aktie ins Portfolio zu legen, weil das Geld friert auf einem Niveau ein. Und ähnlich ist es mit Informationen. Und auch da mit den Währungen. Ihr wisst schon, es gibt in den sozialen Medien im Grunde genommen vier Währungseinheiten. Das eine ist Aufmerksamkeit. Nun ist Aufmerksamkeit im Grunde genommen nur etwas wie Fuse. Wenn man drauf klickt, dann ist das schon die erste Interaktion, er schaut es sich auch an. Das nächste ist, er kommentiert es, er liked es oder erteilt es sogar. Und das sind die Währungseinheiten, mit denen heute gearbeitet wird. Und je kontroverser ein Thema ist, desto schneller bekomme ich zum Beispiel jemanden dazu, dass er es kommentiert. Entweder aus Begeisterung oder eben aus dem wilden, verzweifelten Widerstand heraus. Das ist übrigens etwas, was man Hatebait nennt. Und wir haben das in den letzten Tagen ausprobiert bei 7 vs. Wild. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn nicht, ich verlinke es euch hier. Da haben wir ganz bewusst die Maßnahme, die ganze Kampagne hinterfragt, mit der Absicht mal herauszubekommen, was muss man tun, um diese sehr jugendliche, oft sehr eindimensional gestrickte Klientel, die sich diese Videos anguckt, zu triggern, wie es so schön neudeutsch heißt. Das heißt also, einen Impuls auszusenden, die dazu angetan ist, dass hier Menschen interagieren. Und oh Wunder, das hat wunderschön funktioniert. Und dieser Beitrag ist in einem extrem hohen Maße ausgespielt worden. YouTube hat erkannt, da reagieren Leute, zwar wütend und oft sehr persönlich und nahezu aggressiv, aber dem Beitrag, der Reichweite, hat es extrem gut getan. Warum? Weil YouTube so etwas unterstützt. Und so ist es auch mit Journalisten. Sehr viele Journalisten arbeiten im Grunde genommen genau auf dieser Basis. Um Aufmerksamkeit zu erreichen, um wahrgenommen zu werden, bürsten sie der Katze das Fell gegen den Strich. So erzeugen sie Interaktion oder eben im abgeschwächten Fall Neugier. Das heißt, der digitale Effekt ist hier das, worum es bei der ganzen Sache geht. Und die Vorgaben in der Erwartung und in der Frustration spielen natürlich auch dann eine Rolle, wenn es um Schlagzeilen geht. Wenn man hier etwas, eine Erwartungshaltung schürt, die so aber nicht eintritt, das wäre dann das klassische Clickbait. Den Begriff habt ihr wahrscheinlich schon gehört oder ihr wisst auch, was es bedeutet. Das bedeutet, über das Thumbnail, also das Bild bei YouTube oder über die Schlagzeile in meinen Medien, dann suggeriere ich, in diesem Beitrag geht es um dieses oder jenes Thema und dann geht es gar nicht darum. Oder ich bilde einen Prominenten ab, der mit dem Thema gar nichts zu tun hat und, und, und. Das kennen wir, das ist nicht neu, das gibt es nicht erst seit den sozialen Medien. Das gab es vorher schon in der Yellow Press, in der Regenbogenpresse, wenn es darum ging, dass hier irgendwelchen Prinzessinnen oder Beauty Queens irgendetwas angedichtet wird. Und, dass man es an den Haaren herbeizieht, konstruiert oder es mit Fragezeichen versieht, das alles war damals schon Clickbait im Sinne von, äh, kauf mich, kauf dieses Magazin. Oder man hat es meinem Arzt gelesen, denn da lagen die zuhauf auch im Lesezirkel aus. Das führt zu Frustration. Und in den sozialen Medien ist es aber genau diese Frustration, die wiederum oft kalkuliert ist. Weil wenn ich eine Erwartungshaltung führe, die ich dann nicht erfülle, dann gibt es Menschen, die sind so getriggert, dass sie das schreiben. Das ist verdammt normal, das ist Clickbait. Um Gottes Willen, was habt ihr euch dabei gedacht, das ist ja gemein. Ja, sie machen aber genau das, was ich möchte. Sie interagieren und geben damit diesem Beitrag Gewicht. Und gezielte Entrüstung kann dabei genauso stimulierend sein wie gezielte Begeisterung. Und eins ist sicher, Entrüstung ist einfacher zu generieren als Begeisterung. Also gibt es so viele Dinge, die hier mittlerweile auf diesen Bereich abziehen. Für euch sollte das also heißen, halt nicht darauf rein, wenn irgendwelche Beiträge sehr, sehr stark auf Wahrnehmung aufgebaut sind, sehr polemisch sind. Oft ist das nichts anderes als eine Erwartungshaltung, die bewusst generiert wird. Und wenn ihr merkt, dass euch jemand so provoziert, tut ihm nicht auch noch den Gefallen, so wie es mir die Fanboys von Seven vs. Wild getan haben und geht ihm auf den Leim. Bei uns war es mehr eine Sozialstudie. Das mache ich recht gerne hin und wieder, dass wir mal ins Reich der wilden Tiere hinabsteigen, um soziale Verhaltensmuster zu überprüfen. Denn das wiederum ist hochinteressant. Denn manchmal gibt es Dinge, die in der Theorie sich sehr plausibel anhören. Dann macht es aber Sinn, die in der Praxis mal zu überprüfen, ob das heute noch so ist oder ob es heute keine Relevanz mehr hat. Und das hat heute immer noch Relevanz. Das kann ich euch also garantieren. Und dasselbe gilt übrigens auch für Hashtags. Das sind diese Doppelkreuze. Bei diesen Hashtags ist es so, oft werden auch die gesetzt, ohne dass sie mit dem Text irgendetwas zu tun haben. Aber es gibt immer noch Suchmaschinen, die auf Hashtags reagieren und euch dann Informationen sozusagen heranspülen, die so tun, als ob sie für euch interessant wären. Aber dieses Tarnmäntelchen dann verlieren, wenn man draufklickt. Aber in der heutigen Zeit muss man einfach damit leben, das ein oder andere so serviert zu bekommen. Und dann sollte man es einfach akzeptieren, dass man da jemandem auf den Leim gegangen ist, aber ihm nicht auch noch den Gefallen tun, drauf zu reagieren, indem man es kommentiert und sagt, ey, das ist aber Clickbait oder ey, das ist aber nicht fein oder ey, es geht nicht darum. Weil im Grunde genommen füttert ihr nur damit den Algorithmus und tut demjenigen, der euch da gerade so aufs Kreuz gelegt hat, auch noch etwas Gutes. Das wäre es für meine Seite gewesen. Ich wünsche euch viel Spaß, habt noch eine gute Zeit und wir sehen uns. Ciao von now, euer Chris. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind. Ich45-9600-2 tiempo. Ich course nicht. Habit. Und da ist es, wie es euch ihr glaubt hat.